Okay. Ach, da ist ja noch eine. Okay, ich lade mal nach, weil bis ich dort bin, bin ich... Ja, genau, das habe ich mir schon gedacht. Ich kann gar nicht im Laufen nachladen, weil ich ja jetzt nicht auf einem Pferd bin. Ich bin das ja gar nicht gewohnt. So. Das war ein toller Schuss. Dann laufe ich halt doch... Nein! Okay, renn gegen die Wand, du Idiot. Du bist so dämlich, weißt du das? Stirb, du Penner! Nein, dein Pferd... Okay. Wer war das? Xerina, danke schön. Ich wäre auch ein Pferd. Äh, gut. Rolf und... Ja, nur Rolf lebt noch in unserem Team. So, ich würde sagen, wir kämpfen in der nächsten Runde. Zwei gegen zwei. Wieso kriegen wir eigentlich nie das Pferd? Und wieso ist unser Gegner auf dem Pferd und wir nicht? Au, scheiße! Warum hat man Verbündetung nichts? Auch dessen Bogenschütze. Ja, gut, dann gehe ich erstmal zum gegnerischen Bogenschütze, äh, Armbruchsschützen, damit der schnell erledigt ist. Hui! Oh, der hat geblockt. Unerwartet. Okay. So. Ich wollte zusammendreschen. So, jetzt komm her, du dämlicher Reiter. Ich hab ein Schild... Äh, der hat auch eine Armbrust. Was für ein Arsch. Äh, einen Bogen. Was auch immer. Nein, lass mein... Och, du Scheiße. Der hat ja voll in die Fresse bekommen. Das... Hallo, jetzt bleib mal stehen. Ich hab nicht meine Fernkampfwaffe, fällt mir grad so auf. Ich kann mal mein Schild wegstecken. Das bringt mir natürlich gar nichts. Hallo jetzt... Okay, der schießt... Okay, der schießt... Ja, okay. Ja, jetzt steckt er wenigstens mal ein bisschen in der Wand fest. Komm her, du Penner! Yay! 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 So, erledigt. Danke für das Pferd. Ich hab endlich mal ein Pferd. D-d-d-d-d. Okay, das bringt mir leider gar nichts. Wieder 2 gegen 2. Und danach ist die letzte Runde also. Ach, du Scheiße, nein! Ich hab nur einen Bogen. Jetzt bin ich am Arsch. Ach, du... Ach, du... Schon hab ich 13 Schaden genommen. So. Ich glaub, ich versteck mich mal hinter dieser Wand. Ich sollte hier natürlich nicht im Laufen schießen, weil das... Wahrscheinlichkeit damit zu treffen ist, wie... Oh, du Scheiße, nein! Wieso hast du denn eine Nahkampfwaffe? Das ist voll unfair! Geh weg von mir! So. Äh, jie, jie, jie! Ah, fuck, okay. Der hat mich auch erwischt. So. Ah, fuck, beide treffen sich immer gegenseitig. Haha, du kommst nicht zum Nachladen. Ich mach dich jetzt kalt. Das ist das Gute bei der... Wenn man Armbustgegner... Ups, das war ein Fehler. Wenn man Armbustgegner hat, die müssen nämlich nachladen. Haha. So, erledigt. Und wer bist du eigentlich? Du bist auch ein Armbustschütze. Zum Glück bin ich Bogenschütze gewesen, weil ich mehr Glück gehabt. So. Letzte Runde. Wie sag ich eigentlich so oft? So, das ist mir neulich schon aufgefallen. Okay, Lautmaro gegen Champion Fighter. Und wieder mein Bogen. Ach, du Kacke, nein! Lass das doch! Ah, der hat ein verfluchtes Pferd und ich hab einen Bogen. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Das ist der unfairste, unfairste Kampf aller Zeiten. Oh, nein, der hat auch noch ne Armbust. Au. Er hat mich voll abgeknallt. Okay, solange er da aber an der Wand feststeckt... Äh, bin ich zu blöd zu treffen. So, jetzt steck mal ein bisschen gegen die Wand. Das ist gut. Das ist sehr gut. Der Pferd ist zu blöd zum Kacken und du genau... Okay. Ah, fucking shit. Das hat mich aber ganz schön erwischt. Egal, das überlebst du nicht. Das ist dir schon klar, oder? Ich mach dir das voll kalt. Yeah, ich werde gewinnen. Ich werde jetzt gewinnen. Ja, auch abzuhauen. Okay, wir haben gerade noch so erwischt. Und ich glaube, der Pferd. Ich glaube, der Pferd. Okay, das hat mich lang gehalten. So, wieder 1500 Dinare, 20 Renown. Yeah, Carla mag mich jetzt. Ich bin reich, alles ist gut und ich kann wieder gehen. Aber ich frage mich immer noch... Okay, wir haben 2000 Dinare, das ist gut. Ich frage mich immer noch, wo sind diese Verfluchten... Ich will nochmal da rein. Ah, Surrender. Okay, nein, ich... Okay, ich gehe dann eben nicht da rein, wenn ich nicht darf. Ist ja egal. Wo sind die Verfluchten Deserteure? Die müssen doch irgendwo auch noch Deserteure haben. Ich glaube, ich reite jetzt einfach zurück und scheiß drauf. Die Warthog Surgeons sind eine scheiß Aufgabe. Das muss man echt mal sagen. Ähm, brauche ich noch irgendwas? Wie viel... Ups. Ich habe ganz schön viel Renown mittlerweile. Wie viel habe ich... Ich habe noch viele Inventarplätze. Ich habe aber auch genug zu essen, also brauche ich mir jetzt nicht unbedingt was zu essen holen. Ich würde die zwar plündern, aber... So, was ist... Ich will einfach... Okay, was ist das? King of Swadia. Ja, die sind jetzt so verbindet. Ich unterhalte mich mal mit dem. Hey, oh, King of Swadia. Wie geht's denn so? Do I know you? My name is Lord Maro at your service. Oh, der ist der Anführer. King Harlows. Hm? Äh, was? Äh, okay. Ich brauche mich jetzt nicht mit allen unterhalten. Dafür habe ich gar keine Zeit. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal zurück. Ich würde auch sagen, ich würde einfach mal zu... äh, unserem Anführer gehen und mal gucken, ob ich mich jetzt endlich anschließen kann. Ansonsten, ja, ich frage ihn auch mal am besten nach einer Quest. Hier, Sanja Khan. Oh, der greift gerade selber Malayo Castle an. Wo ist Malayo Castle? Ist das nicht... Das, dass die zuletzt erobert haben? Doch, das ist genau hier. Ah, seht mal. Dafür da helfe ich mit. Da helfe ich unserem Lord und dann schließe ich mich ihm an. Ah, ja, ich würde sagen, es läuft gerade alles ganz gut. Ich habe zwar schon zwei Helden verloren, die abgehauen sind, aber das ist nicht so schlimm. Mir ist es mittlerweile auch scheißegal, dass die abhauen. Wir kriegen gerade ganz gute Männer zusammen, also meine Armee wird immer stärker. Wir haben noch einen Horseman übrig. Ansonsten hier halt die Leute. Du sollst mal zwei nach oben. So, sonst da halt die Leute, diese komischen Söldner. Ah, seht mal, sind schon wieder zwei aufgestiegen. Aber ich würde sagen, es läuft gerade eigentlich ganz gut. Es geht ganz gut voran. Was ist mit dir? Ach, du hast ja gar kein Charisma, Junge. Okay. Wie wäre es denn mit Powerstrike? Und Einhandwaffen. So, du bist erledigt. Du bist fertig. Du bist erledigt. Yemira. Was kannst du mir erzählen? Du setzt mal auf Intelligenz, damit es durchdreiteilbar ist. Ah, du hast interessante Fähigkeiten. Du bist also auch so eine Heilerin oder so. Und Inventory Management, lauter so Zeug. Nur leider ein Scheißkämpfer bist du, weißt du. Richtig Scheißkämpfer, das muss man mal sagen. Na gut, was wir machen. So. Gut. Dann reiten wir mal ganz schnell nach Mylario Castle. Es läuft alles ganz gut, wie gesagt. Nein, Lord Foodrein ist geflohen. Okay, das kann ich nicht zulassen. Das kann ich natürlich nicht zulassen. Ich brauche ganz dringend eine Quest, wo ich den Typen loswerden kann. Das muss ich mal echt mal sagen. Vielleicht ein unnutzter Castle einer. Ich schaue einfach mal. Ich hoffe, der entflieht nicht nochmal. Ne, diesmal vielleicht nicht. Ja, das ist eigentlich immer zuverbasiert, ob der einfach mal irgendwann entkommt. Ich brauche dringend eine Quest, wo ich einen verdammten Lord gefangen nehmen soll. Bei denen habe ich jetzt schon. Ein Lord der Rhodox. Das würde ich euch gerne bieten. Also mit Lord Hugo. We meet again. I will not forget how together we fucking... Okay. Den stört... This piece with Kingdom of Swadia ill suits me, Lord Maro. Der regt sich drüber auf, dass wir Frieden haben mit Kingdom of Swadia. Er will Krieg. Äh, nein. Hm. Na, ich will dir eigentlich, ich will ihm nicht helfen, damit Krieg zu führen mit Swadia. Ich bin froh, wenn wir mal ein Land nicht, mit einem Land nicht im Krieg sind. Äh, das können wir früher oder später noch machen, wenn es hier nicht mehr so viel ist. Aber wenn wir mal vielleicht ein paar Sachen oder Ländereien getötet haben oder so. Keine Ahnung. Äh, hast du eine Aufgabe? Lord Belia 3500 Dinare. Ja, ich kann dir eigentlich helfen. Wenn ich jetzt gehe, dann sollte er in Nara sein. Ja, weißt du was? Ich mach das einfach. Ich mach das jetzt mal. Nara ist... Ah, fuck. Okay, ich probier's einfach. Ich zeig jetzt also auch mal die Persuasion-Quests. Ähm, die sind wie gesagt nicht so einfach, wenn man nicht so viel Persuasion hat wie ich. Ich hab gerade noch nicht so viel. Oh, er regt sich über Allerien auf. Könnt ihr jetzt aufhören? Ich hab keine Zeit für so einen Scheiß. So, ich geh also kurz nach Nara und suche Lord Belia auf. Und versuch, äh, ihm das Geld aus den Taschen zu ziehen. Wieviel hab ich eigentlich gerade? Ich glaub, zwei hab ich auf Persuasion schon. Ja, zwei ist gar nicht so wenig. Das ist okay. Drei wär natürlich besser, aber, naja. Äh, für so eine Quest. Falls ich wieder aufsteige, erhöhe ich das einfach mal. Falls ich jetzt noch nicht schaffe, ihn zu überzeugen. Äh, da ist auch Lady Chedina. Vielleicht kann man die noch ein Quest kriegen. Nee, okay. Also, Lord Belia, also, das ist eigentlich immer Glückssache auch. Ich soll die Schulden abholen. Ich soll mit ihm sprechen. Äh, mit ihr sprechen. Und ich würde sagen, äh, der mag mich nicht... Ja, der mag mich schon ein bisschen. Ich versuche ihn zu überzeugen. Persuasion. Und es hat sich verschlechtert. Äh, ich versuche es nochmal. Er sagt, wir haben genug geredet. Äh, wie wär's mit... Do it for the sake of our friendship. You've done well by me in the past, Lord, Marvin. For that I will go along with your request. But no... No, they do not like you using a relationship this way. Also, wenn ich ihn... Wenn ich meine Relation um drei verschlechter... Er ist kooperativ. Das ist schon mal gut. Äh, dann kann... Dann gibt er mir das Geld gleich. Das ist Glück. Das habe ich auch noch nicht geschafft, dass ich mich mit Leuten so gut angefreundet habe. Also gut. Das mag er zwar nicht, aber er gibt mir das Geld. Er ist immer noch kooperativ. Ich habe 3.500 Denare bekommen. Und ich sei jetzt zu Lord Ulusu... Dings da zurück. Er ist immer noch kooperativ. Ja, das ist gut. Was? I heard that you captured our enemy Lord Foodreim and he is with you at the moment. I can pay you 1.200 Denars for him if you want to get rid of him. You can wait for his family to pay his ransom of course, but there is no telling how long that would take, eh? Das ist gut. Dann sehen wir ihn endlich los. 1.200 Denare bekommen wir dafür. Das ist spitze. Das ist toll. Danke, Lord Belie. Genau sowas habe ich gebraucht, dass irgendjemand mir diesen Schwachkopf abnimmt. Den sind wir jetzt los. 1.200 Verfluchte Denare haben wir dafür bekommen. Deshalb haben wir gerade 6.700, was eigentlich daran liegt, dass wir Lord Ulusu Mai noch seine 3.500 geben müssen. Aber davon kriegen wir noch einen Teil. Ich frage einfach mal kurz, wo Lord Ulusu Mai ist, damit wir die Quest gleich abgeben können. Und ja, dann gehen wir weiter zu dem Sanjakan. Lord Ulusu Mai. Wo ist der Kerl? Da. Ulusu Mai. Okay. Nahe bei Kedelke. Ich glaube, der ist gerade unterwegs. Das ist kein gutes Timing. Kedelke ist hier. Ja gut, vielleicht reitet er ja auch gerade nach Nara. Das wäre natürlich Glück. Ich versuche ihn mal zu finden. Ich hoffe einfach, dass ich Glück habe und dass ich ihn rechtzeitig erreiche. Aber der reitet ja auch irgendwo in der Gegend rum. Ah, Steffelbanditen. Okay, scheiße. Ah, da bist du ja. Bleibst du wohl hier? Ja, auf nach Unutstag Castle zu reisen. Genau, warten. Das ist gut. Gut. So. Ich kriege 700 Denare dafür. Und er kriegt das. Und jetzt ist er auch sehr kooperativ. Das ist doch toll. Er ist erstaunt. Er hat schon die Hoffnung verloren, dass er das Geld zurückkriegt. Ähm, ja gut. Das wäre erledigt. Wir haben im Moment nur noch immer noch diese 5 Road Dog Surgeon Quests. Die scheiß Quests da. Aber da kann man jetzt gerade nichts machen, ne. Das lasse ich jetzt einfach mal ein bisschen auf sich beruhen. Ich will jetzt mal gucken, ob ich mich dem anschließen kann. Diesem Sanjar Khan. Der greift doch gerade Malayo Castle an. Vielleicht hilft es dabei, dass ich ihm helfe. Vielleicht kann ich mich dann früher anschließen. Wie viel ist hier? Mein Renown ist jetzt auf 148. Vielleicht fehlen da ja zufälligerweise noch genau 2, damit ich beitreten kann. Das wäre ja lustig. Aber keine Ahnung. Vielleicht kann ich jetzt auch langsam mal schon beitreten. Letztes Mal war ich, glaube ich, im zweiten, also beim 60. Tag soweit. Jetzt gerade bin ich noch nicht ganz so lang hier. Ja. 35 Tage. Also vielleicht geht es schon noch ein bisschen. Aber wenn wir Glück haben, dann können wir schon beitreten. Dann ist Schoadian Man at Arms. Die bringen mir leider nichts. Ja, wenn wir Glück haben, können wir vielleicht schon beitreten. Dann kriegen wir auch ein eigenes Dorf, um das wir uns kümmern können und so. Hier ist Sanjar Khan. Die greifen gerade nicht an. Also nicht direkt. Die Schlacht hat noch nicht angefangen. Lord Tulluk ist verletzt. Sanjar Khan hat volles Leben. Wir reden mal mit Sanjar Khan und gucken, ob wir uns ihm anschließen können. Ich will erst mal mein Geld. Genau. Äh, 450 Genare. Danke, tschüss. So, dann speichern wir erst mal damit, weil wir das schon erledigt haben. Dann reden wir nochmal mit ihm. Jetzt, komm. Ah, ich bin immer noch nicht gut genug. Ah, ich habe doch jetzt sogar schon einen Lord gefangen genommen. Ist dir das klar? Okay, ich greife jetzt mal der Jokassel an, wisst ihr. Das ist jetzt scheißegal. Hey, Lord Gundur. Ich bin Lord Maro. Wieso rede ich mit dir? Tschüss. Ich, äh, ich würde, ich will eigentlich, äh, ich will eigentlich da beim Kampf mitmachen. Warte mal, ich habe eine Idee. Wir haben ja jetzt Geld ohne Ende. Ja, 4400 Genare. Ich würde mal behaupten, ich kann mir, ich kann mir, ich gehe mal nochmal nach Ichamur zum Einkaufen, aber ich kaufe jetzt keine Ausrüstung oder so. Ihr seht das gleich, was ich einkaufe. Uhu, ein Castle wird schon wieder angegriffen. Ey, ihr wollt mich doch verarschen. Diese verfluchten Nords, die gehen mir echt auf die Säcke, das, äh, auf die Säcke, genau. Ah, die gehen mir echt auf die Nerven. Das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht, wie die mir auf die Nerven gehen können gerade. Ich will zum Market. Ach, fick dich doch. Wer wagt es? Ihr wagt es. Da, 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 da. So, so. 40 Schaden mit einem Schlagsack. Stirb, du Drecksack, und du folgst gleich seinem Beispiel. Das denkt ihr, wer ihr seid. Warum greift ihr mich an? Okay, der hat mich gerade geschlagen, und es hat mich überhaupt nicht gestört. Ja, was machst du denn da? Okay, daneben. Aber das hat gesessen. Und das, und tot bist du, du Penner. Tot bist du? Ja! Okay, da hab ich ein bisschen aufgeregt. Äh, 150 Denari kriege ich dafür, dass ich die zwei Trottel umgebracht hab. Äh, drei Trottel. So, ich will zum Goods Merchant und suche nach... Ja, toll. Nee, stimmt, die verkaufen das gar nicht. In der Taverne ist jemand, der das verkauft. Ich will nämlich ein Buch kaufen, damit ich was zu tun hab, während ich warten muss. Abgesehen davon, ich will das jetzt mal ausprobieren, was passiert, wenn ich den 1.000 Dinare da gebe. Ich hab ja genug Geld, wie gesagt. Na, weißt du was? Ich hab noch genug Geld. Ich geh jetzt auch noch mal zum Marketplace und schau mir mal die Waffen an. Das ist aber immer noch, wie es aussieht, das gleiche. Balanced Bastards Schwert. Das ist natürlich noch viel besser als meins. Das würde sich fast lohnen, das zu kaufen, würde ich behaupten. Weil das hat, äh... Hat mehr Swing, hat mehr Thrust. Hat mehr Speed Rating. Kostet mich halt fast 2.000, aber es ist so ziemlich die beste Waffe, die ich hier finden kann. Ansonsten wird's auch ein bisschen... Ja. Ansonsten brauch ich eigentlich auch nix. Vielleicht irgendwann mal einen Bogen oder so. Ja, wie gesagt. Äh, ich würde mir gerne irgendwann ein Buch kaufen. Naja. Egal. Ja, ich geh jetzt erstmal kurz zur Taverne, um zu gucken, was passiert, wenn ich... Ich kann sogar mein... Ich kann sogar mein Schwert ziehen. Yay! 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 Tavern Keeper! Okay. Funktioniert nicht. Ja, dann gib mal 1.000 Dinare aus. Ich glaube, dann mag mich einfach die Stadt mehr. Ja. Ich glaube, ich soll jetzt gehen. So, okay. Die Stadt mag mich mehr. Ich weiß aber nicht, was mir das bringen soll, um ehrlich zu sein. Deshalb laden wir das nochmal. Und ich schau nochmal in den Marketplace hier. Waffen. Und da hat's immer noch das Badlands Bastard-Schwert. Das ist natürlich gar nicht so übel, ne? Und dieses Schild eigentlich auch nicht. So ein Schild hatte ich eigentlich auch vorher schon. Das ist eigentlich sehr nützlich. Ich glaube, ich sollte mir vielleicht auch das Schild kaufen. Ansonsten, bogenstechnisch, habe ich eigentlich einen ganz guten Bogen. Das sieht hier ganz gut aus. Äh, pff. Ja. Ja, der ist kaputt. Ja gut, ich würde behaupten, das könnte ich eigentlich machen. Allerdings sollte ich mir vielleicht auch irgendwann mal für 20.000 ein paar dumme Handschuhe kaufen. Nein, nicht unbedingt. Aber vielleicht habe ich irgendwann mal bessere Handschuhe als diese Lederhandschuhe hier. Aber die bringen auch alle nur plus zwei. Das da kostet nämlich ganze dreieinhalb Tausend, bringt aber nur plus sechs. Das ist eigentlich ziemlich schwachsinnig, dass diese verfluchten Handschuhe so verdammt teuer sind. Das muss ich ehrlich mal sagen. Naja, das habe ich eigentlich. Ich habe einen Nordic Helmet, obwohl ich Kölkölköln-Aid bin. Dann habe ich den halt mal abgenommen. Hier ist eigentlich was ganz Gutes. Naja, aber ist rostig. Das ist natürlich auch nicht so toll. Ähm, ja. Hm. Ich würde behaupten, ich behalte die Rüstungen, die ich habe. Die sind nämlich eigentlich gar nicht schlecht, würde ich sagen. Ich glaube, die sind noch ganz akzeptabel. Waffentechnisch habe ich, wie gesagt, jetzt eine bessere Waffe und ein besseres Schild gefunden. Das Pferd ist eigentlich spitze. Das sollte ich nicht loswerden wollen. Wieso ist... Okay. Das Pferd ist schneller. Aber wieso ist das Pferd teurer als diese Kriegspferde? Weil die sind eigentlich die teuersten, dachte ich. Hm. Naja, aber ich würde behaupten, ich behalte diesen Heavy Hunter auch sehr, sehr, sehr lange. Den finde ich super. Und dann hole ich mir noch das Balance Buster-Schwert. Weil das, äh, weil das viel besser ist als das Buster-Schwert, das ich bisher habe. Das kann ich aber jemandem geben. Da es eine der besten Waffen ist, verkaufe ich die jetzt nicht für einfach nur 64. Weil die Waffe ist echt spitze. So, dann kriegen wir jetzt hier erstmal beste Balance Buster-Schwert. Und dann noch ein super Schild. Für ganze fast 3000 Dinare. Das macht mich jetzt wieder verdammt arm. Aber das ist nicht so schlimm. So, ich würde sagen, ich gebe jetzt noch irgendjemandem in meiner Party hier diese spitzen Ausrüstung. Ein letzter Lied ist doch ein super Kämpfer. Der hat nur ein Kurz-Schwert. Du kriegst jetzt ein Bastard-Schwert, mein Freund. Und außerdem eine, ein viel besseres Schild. Ein letzter Lied ist so ziemlich mein Favorit. Haha, toller Reim. Ich glaube, er ist auch Trainer sogar. Deshalb ist der wirklich sehr nützlich. Ja, Trainer auf 4. Der Typ ist spitze. Also den behalte ich auf jeden Fall noch eine Weile. Der letzter Lied gefällt mir. Dann gebe ich einfach mal die beste Ausrüstung, die ich hier so in nächster Zeit finden kann. Ansonsten, wer kann hier noch was Gutes gebrauchen? Wem kann ich noch eine gute Waffe geben? Wer hat bis jetzt nur Scheiß? Bunduk hat eigentlich nur seinen komischen Hammer. Ich würde fast behaupten, ich würde fast behaupten, dass der Hammer gar nicht so gut ist. Pickaxe, ja. Swing 19p. Also da ist das hier schon viel besser. Dann kriegst du jetzt mal eine gescheite Waffe. Und außerdem ein Schild hier. Und das letzte, dein Schild geben wir jetzt noch Kleti. Einfach nur, weil sie ein richtiges Scheißschild da hat. So, soweit ich weiß, ist das nämlich totaler Schrott. Ne? Das ist okay. Das ist relativ Schrott. Okay, ja gut. Das wäre erledigt. Und ich verkaufe noch kurz den Scheiß. Und dann gehe ich nochmal zurück. Ich weiß nicht, was ich tun soll, ganz ehrlich. Ich weiß im Moment nicht, was mein Plan sein soll, was ich in nächster Zeit tun soll. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein super cooles Schwert. Ich habe einen guten Bogen. Ich habe eine gute Rüstung. Ich habe einen Spitzenpferd. Ich habe auch ein gutes Schild gekauft. Ich habe auch noch eine ganz gute Plantwaffe zum Leute einfangen. Und ich habe mehr als genug an Nahrung. Ich habe auch genug Inventarplatz. Eigentlich läuft alles super bei mir gerade. Das muss man mal ehrlich sagen. Meine Skills sind auch spitze. Meine Attribute gehen auch langsam hoch. Ja, ich finde eigentlich läuft alles gut. Meine Party ist Moral hoch. Okay. Ich habe auch eine sehr gute Armee zusammengestellt. Ich weiß nicht. Ich habe nur noch diese eine Quest, von der ich nicht genau weiß, was ich tun soll. Und ansonsten ist halt nur noch Malaya Castle irgendwie da. Ich könnte vielleicht Tashkulu noch angreifen. Ach, keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, was ich in nächster Zeit noch tun soll. Aber für heute glaube ich recht, dass erst mal, wenn ich jetzt sowieso so planlos bin. Ich habe mich leider immer noch nicht der Kölge Kanade richtig. Ich hoffe, das kann ich irgendwann mal machen. Das würde ich nämlich sehr gerne mal tun. Und dann bekomme ich nämlich auch mein eigenes Dörfchen. Ich glaube, das war letztes Mal Zagusch oder so. Oder Dusturil oder so. Irgendwo, wo zwei nebeneinander sind ohne eine Burg. Naja, also in nächster Zeit, ich weiß noch nicht genau, was ich tun soll. Vielleicht wieder ein paar neue Quests annehmen. Oder vielleicht nach diesen Roadhog Search und so weiter suchen. Keine Ahnung. Aber ich bin jetzt erstmal hier in Ichamur und mache hier jetzt erstmal Pause mit Aufnehmen. Ähm, weil ich habe auch echt keine Ahnung, ja, was ich tun soll. Ich würde mich natürlich gerne endlich mal Kölge Kanade anschließen. Aber ich nehme an, dafür brauche ich vielleicht noch zwei Renown oder irgendwas. Ich weiß nicht genau. Ich hoffe nur einfach mal, dass es... Dustumkan. Is a claimant to the throne of Kölge Kanade. Okay. Das ist der, der behauptet, dass er eigentlich der Thronfolger ist oder so. Nehme ich mal stark an. Na egal. Das wäre es auf jeden Fall mal für heute. Ich speichere jetzt auch übrigens mal auf dem Sicherheitsspeicher, weil mir gerade einfällt, dass ich das ewig nicht getan habe. Und ja, das reicht erstmal für heute. Ähm, ja. Was ich in nächster Zeit tun werde, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Im Moment ist meine Ausrüstung spitze. Also ich brauche mir da eigentlich auch nichts Neues kaufen. Das sieht alles ganz gut aus. Würde ich behaupten. Das ist alles super. Meine Männer haben eine super Ausrüstung. Ich habe auch die richtig guten Einheiten. Ich habe einen Maximalanteil an Einheiten. Ich bin endlich diesen verfluchten Lord losgeworden. Also ja. Puh. Was soll ich da sagen? Ah, guck mal. Das kann man sich ja auch noch angucken. Character Renown. Ach, da kann man das sehen. Okay. Party Moral 77. Party Saislemn 47. You are a Lord of Kyrgyz Kanade. Naja. Mehr oder weniger. Kann man jetzt eigentlich auch nicht so sagen, ne? Eigentlich habe ich mir noch nicht beitreten können. Habe ich noch nicht beitreten können, leider. Renown 148. Ehre gar nichts. Habe ich jetzt keine Ahnung, was Ehre ist. Freunde habe ich keine. Feinde habe ich keine. Ich lese keine Bücher. Ich bin ein sehr seltsamer Mensch. Okay. Dann haben wir hier Base Size, Leadership, Charisma, Renown. Das ist alles zu sagen. Ah, Renown bringt ebenfalls Party Size Limit. Deshalb habe ich da immer was dazu bekommen und habe mich gewundert. Party Moral. Basis Moral ist 50. Party Größe ist minus 72. Ich nehme mal an, das liegt daran, dass wir so viele sind. Das stört die Leute vielleicht. Keine Ahnung. Ich bin ein guter Anführer. Es gibt sehr viele verschiedene Sachen zu essen. Das ist auch spitze. Äh, ich habe immer noch Schulden, leider. Aber die kann ich beim nächsten Mal abbezahlen. Und in letzter Zeit läuft alles ganz gut. Also nochmal plus 40. Ähm, dann meine, ja, meine Beziehungen mit den einzelnen Fraktionen sind, zwar die haben mittlerweile null. Wege hasst mich. Ne, Wege ist wütend. Nord sind wütend. Und Royal Dogs, die hassen mich richtig. Hörgit Canade ist kooperativ. Ja, okay. Ja, das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Ich würde gerne bei der Schlacht gegen Malaya Castle mitmachen. Deshalb reite ich da noch hin und gucke mal, ob hier vielleicht in nächster Zeit angegriffen wird. Ich hoffe es einfach. Ah, seht mal. Es ist doch zur Schlacht gekommen. Also werde ich doch nochmal kurz was machen. Weil ich jetzt hier mitkämpfen kann. Das sind, wie viele gegen wie viele? Ah, das sind ungefähr 100 gegen, what the fuck, 500 oder so. Eine ganze Menge. Ich würde gerne mit dem Commander sprechen. Sanja Khan persönlich. Hast du irgendwelche Aufgaben? Ich soll ihm bei Tulga helfen und, ah, ich soll mir die, äh, Dings da holen. Ah, er hasst mich jetzt auch nicht mehr. Ich soll da die, äh, ah, ihr wisst schon. Steuern, genau. So, und dann würde ich gerne da mitkämpfen. Einfach nur, weil ich es kann. Und kann auch einfach mal gleich mein neues Bastage-Wert ausprobieren. Das ist doch toll, ne? Danach helfe ich ihm bei seinen komischen Steuern einholen. Und wenn ich das dann geschafft habe, sollte ich ja wohl endlich dieser verfluchten Curry-Canade-Gruppe beitreten können. So, da müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Da, äh, ja. Ich kann, ich sollte meinen Leuten sagen, die sollten mir folgen. Damit wir das hier nämlich ein bisschen näher heranschieben. Ich sag ja, hier gibt es, äh, hier gibt es Beobachtungs- Äh, Quatsch. Äh, hä? Bewegt sich der Belagerungstummi überhaupt? Der bewegt sich ja gar nicht. Ja, also, ich versuche gerade, ihn zu schieben, aber... Bewegt er sich? Oder bewegt er sich nicht? Ein ganz klein wenig bewegt er sich. Es geht eine Weile, wie es aussieht. Der Kyrgyz ist mir ganz schön verblödet. Okay, ich mach was anderes. Everyone, hear me, äh, all disposition, dismount, hold your fire, dismount, hold your fire, dismount, hold this fire, and will charge. Aber das bringt nichts, weil keiner von euch Fernkampfwaffen hat. Also, follow me. Nordarcher wurde von Lord Dundush gekillt. Das ist gut. Wir haben schon mal einen Bogenschützen gekillt. Langsam bewegt sich dieser versfluchte Belagerungstum hier auch. Das ist voll die Geduldssache mit dem Belagerungstum. Das ist voll die Geduldssache mit dem Belagerungstum.